Nummer 5. Die Botox-Creme von Suavitas ist ein Produkt mit sofortiger Straffänderwirkung. Dank des Botox-Komplexes und zahlreicher Wirkstoffe, die wie ein sanftes Lifting wirken, füllt sie Mimikfalten und Zeichen der Hautalterung auf und beseitigt sie. Spürbare Ergebnisse in nur wenigen Tagen. Die Creme ist nicht nur eine spezifische Antifalten- und Anti-Aging-Behandlung, sondern nährt die Haut in der Tiefe, spendet Feuchtigkeit, strafft, hält auf und festigt sie. Ihre Haut wird von der ersten Anwendung an jünger aussehen. Hergestellt mit modernster kosmetischer Technologie und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Diese Creme reduziert sichtbar feine Linien und Falten, selbst tiefe Falten. Sie strafft die Haut und beugt Erschlaffung vor. Bei konsequenter täglicher Anwendung hilft sie, die Gesichtskonturen neu zu formen. Im Laufe der Jahre verlieren die Gesichtskonturen an Festigkeit und Spannkraft, die Haut schält sich zunächst leicht, dann lockert sie sich allmählich und lässt das Gesicht schlaff werden. Bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel die Wangen, wo die Haut vom Knochen entfernt ist, sind besonders betroffen. Wir empfehlen, die Creme täglich, morgens und abends, anzuwenden. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Straffende Nachtcreme 50 Megaliter regt den Zellstoffwechsel an, strafft und festigt die Haut. Ideales Produkt für reife Haut. Abends auf das gründlich gereinigte Gesicht und den Hals auftragen. Wird leicht absorbiert. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sichtbare Ergebnisse in ein paar Wochen. Die straffende Creme versorgt die Haut schnell und tiefgehend mit Feuchtigkeit und eignet sich hervorragend, um die richtige Elastizität, Geschmeidigkeit und Spannkraft der Haut wiederherzustellen. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2. Diese 50ml Creme nährt, strafft und restrukturiert die Haut und hilft, Falten und Hautalterung zu bekämpfen. Hervorragend geeignet, um in kurzer Zeit eine glatte und entspannte Haut zu erhalten, die den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit versorgt wird. Einfach zu bedienen. Tragen Sie die Creme morgens und abends auf die gründlich gereinigte und trockene Haut von Gesicht und Hals auf und verteilen Sie das Produkt mit kreisenden Bewegungen, bis es vollständig eingezogen ist. Klinisch und dermatologisch getestet. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1. Diese Creme wirkt der Hauterschlaffung im Gesicht und am Hals entgegen und gewährleistet eine dreifache Wirkung. Nährend, schützend und elastifizierend. Erhältlich in 50 Megaliter. Die straffende Creme versorgt die Haut schnell und tief mit Feuchtigkeit, um die richtige Elastizität, Weichheit und den richtigen Hautton wiederzuerlangen. Ihre Wirkstoffe wurden speziell ausgewählt und getestet. Die Mischung der verwendeten Öle ahmt die Zusammensetzung des schützenden Lipidmantels nach, der die Haut in die Lage versetzt, sich gegen die Aggression äußerer Einflüsse zu schützen und der natürlichen Hauterschlaffung entgegenzuwirken. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.